Hallöchen und wieder herzlich willkommen zurück! Äh, wir sind noch in derselben Aufnahmesession. Ich bin Tete und es sind natürlich alle anderen noch dabei. So, wir schauen mal, was können wir denn jetzt shoppen als Dete? Ja, ja, als Dete. Ja, 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 das würde ich jetzt auch sagen. Als Dete, ja, ha, 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 ha. Oh Gott. Kann nicht irgendwer sterben und ich hier weiter boosten wird? Hab ich schon, hab du gehört. Oh, ich lebe so gefährlich einfach, ne? Leben am Limit, wa? Einfach richtig, richtig, nochmal. Richtig, richtig. Ach was, sowas von unglaublich, unglaublich. Richtig, richtig krass. Hä? Unglaublich am Limit. Steige ich nicht mehr doch? Unglaublich ist es, was Kröte sagt. Okay, das ist mir. Unglaublich. Uh, uh, uh! Scheiße, ich werde weitergefallen. Ich versuch's noch mit der Waffe jetzt. Oh, kack, kack, kack! Irgendwie sehe ich bisher gar keinen, das. Ah, ich weiß, wie man mit dem Blick wieder runterkommt. Oh mein Gott, ich bin so dumm gewesen die ganze Zeit. Äh, mit dem Ding... Besser oben drauf? Machst du das oben drauf. Du das erste, den ich sehe, das ist nicht gut. Das gefällt mir nicht ganz. Äh, mit dem Ding ist das der, 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 der Fahrstuhlkröte. Was hast du denn da, der fandst du? Ähm... Ja, der ist eigen gebaut und Fahrstuhl. Ich hab kurzzeitig... Aua! Ich hab kurzzeitig gedacht... Ich hab kurzzeitig gedacht... Was? Ich bin's nicht. Es hat jemand auf mich geschossen. Ne, 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 ne. Ich weiß nicht. Doch, es hat jemand auf mich geschossen. Der hat so ein schämliches Lachen drin, das... Ich hab 48 HP nur noch. Es hat jemand auf mich geschossen. Wo bist du denn? Ja, oben da, wo Windows mich gesehen hat. Du ist o... Äh, was soll ich jetzt sagen, wo du bist? Mascha wohnt denn? Der Kröte hat mich sowieso gefunden. Mascha, 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 Mascha. Was? Kröte ist bei mir hier oben. Also wenn ich tot bin, war sie. Wo ist die tote Mascha? Oder... Warte, ich geh... Und sicher die andere Seite hab. Oh! Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Bleib hier, bleib hier! Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ohohoho! Wie kann du, ey? Wie meint der, bleib hier, ey? Nein. Hast du da noch ne Rifle oder sowas? Ne. Warum nur mit ner Schrot her oder so? Möchtet denn hier jemand mal Fahrstuhl vielleicht fahren oder so? Noo! Oh, ich hab... Was war das denn? Ist jemand gestorben? Du bist gestorben. Heute? War's nicht! Du musst nicht gleich schreien! Ja, wenn du direkt mit so nem Unterton kröte sagst. Ja, aber schreien tut es trotzdem noch nicht rechtfertig. Ja, ich geh jetzt aber bestimmt nicht hin und such die Leiche ab, ne? Das hat ja auch niemand von dir verlangt. Bist du es etwa? Junges Fräulein. Ich bin voll und zu däte. Also bei mir ist blau. Achso, okay. Nur weil du, äh, gerade Traitor bist und die da schossen hast. Ja, ist du es tot. Ja, siehste. Danke. Oh, fuck! Ich bin vergelistet! Fuck, Alter! Du... Oben im Glockenturm. Oben im Glockenturm ist er. Okay. Ja, sieh es. Ja, bestimmt wie der Wien ist. Ja, ist eh so. Was? Nein! Nein! Niemals! Bin ich am Glockenturm. Wo dann? Deiner Pisser, ey. Richtiger Pisser. Ich bin ein bisschen weiter rechts. Mich? Nein, nein. Nur ein bisschen weiter raus Kröte. Du siehst mich noch nicht. Du kannst mich noch nicht sehen. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Bisschen weiter rechts. Fick dich! Ich hasse dich wirklich, ne? Ich weiß. Oh, es stöhnt der hier so, ey. Louis, Louis, Louis. Louis, Louis, Louis. Es droht jetzt nur noch. Wie viele Wien hast du noch? Genug. Okay, dann renne ich jetzt ein bisschen rum. Aua! Aua! Was ist denn so eine Waffe? Scheiße! Ich hab noch 15 AP! Hey, fuck! Oh Gott, ich fall runter. Bitte, 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 fall runter. Aha! Nein, oh fuck! Nein! Ja! Ich bin in den ersten 5 Sekunden gestorben! Ich war Traitern und bin runtergefallen. Ah! Weil du mich weggeballert hast, du Arsch! Wo warst du denn, wo du mich weggeballert hast? Da hinten stand ich. Ah! Dort hab ich noch geguckt wohin und hab niemand gesehen. Da bist du erst danach hoch wahrscheinlich. Ah! Ich bin auf dem Heli-Landeplatz. Ich hab Mascha direkt am Anfang weggeschossen. Ja! Ah! Wie mies, ey! Ja, in den ersten 5 Sekunden! Ey, das ist, denk doch mal an die Aufnahme, Junge! Ja, ich weiß. Deswegen hab ich mich in den Augen stellen. Wie Mascha mir einfach die Shotgun klammen wollte, aber hat's nicht geschafft. Weil ich noch eine andere Waffe hatte. Haha! Du ist es! Was? Jaja, also ich bin's auch, übrigens. Hier sind's alle. Oh, ich bin Dete! Wuuu! Ich bin es nicht. Du hast mir schon direkt Schaden gemacht. Hat dir gestern Schaden gemacht? Was denn? Da ist jemand gestorben. Da ist jemand gestorben. Am Glockenturm. Oder in der Nähe des Glockenturms. Da hab ich dann... Oh, Shit! Gehört! Links, der ist hier. Es ist Stu! Es ist Stu! Stu ist dort. Ich hab Stu. Stu was? Ja, Stu hat Kröte getötet. Warte, ich call Detective zu Stu. Okay. Ja, bei mir... Wer schießt denn die ganze Zeit hier? Masha, lebst du noch? Ja. Darf ich nicht mal irgendwo mit mir Schutz zu kommen? Ich hab, äh, Stu gecallt. Nein, darfst du nicht. Warum nicht? Weil du Traitor bist. Oh, ist denn der? Ich seh nichts. Du darfst so einen blauen Punkt nehmen. Ach, da unten! Achso, das war ein Fass. Das ist aber schon ein paar Sekunden her. Ja, ja, deswegen. Und da hab ich ja, äh, auch Veto eingelegt. Hä? Ich hab voller Angst vor. Ah, einen Punkt hatte ich sogar. Lass uns du, lass ich jetzt. Komm, Kröte nimmt jetzt. Geht aber. Äh, soll ich Kröte nicht lieber wiederbeleben? Ja, das stimmt. Das wird hier einfach. Äh. Wer schießt denn schon wieder? Dick. Warum schießt du die ganze Zeit? Einfach so aus langer Weine. Ja, dann machst du runter, was? Ah, Mark, du hast noch letzte Worte. Ich will sterben. Ich kann sie nicht wiederbeleben. Warum nicht? Nö, da, da, da zeigt mir an, dass es nicht geht. Oder? Krieg ich was Falsches? Krieg ich was Falsches? Krieg ich was Falsches? Ich weiß es nicht. Was willst du, Veto? Es geht nicht. Geh mal, hol sie, bring sie mal raus. Was? Wer lebt denn jetzt alles noch? Geht's jetzt? Ich zum Glück noch. Weil ich trau' ich allen nicht. Wirst du, wirst denn immerhin, wenn... Abwohl, ich trau' ich bei die Ästhete. Ich bin innocent. Das klappt nicht. Ich glaub, die kann trotzdem Traitor sein. Das klappt nicht. Werf mal hin. Heutzutage weiß man ja nie. Invalid Target. Ja, sag' ich ja. Ist ja aber komisch, warum funktioniert das denn nicht? Warte mal. Aber ich hab ne ID-Bombe in meinem Inventar. Wollt ihr grad ne ID-Bombe dran machen? Ja! Warte, ich werf dann... Soll ich Kröter... Nee, Kröter nicht. Nee, häng Kröter in die Wand. Machen wir ein bisschen BD. Neben dem hier, genau. Oh! Oh, Kröter. Schau dir das an, die Hüften zucken schon. Nee! Schon, was? Oh, dieser Arsch. Motor Boden beim Arsch, Alter. Motor Arsch! Ihr seid ja alle... Recht. Ok, es gibt noch ein, äh, Dingens. Traitor. Japp. Ich geh jetzt mit Krötern ein bisschen. Scheiße, ich besterbe! Nein! Wo bist du? Bist du runterge- ist er runtergefallen? Er ist runtergefallen wahrscheinlich. Ja, die liegen unten. Alle beide? Ja. Ich dachte, er hat Kröte grad wiederbelebt. Nein, 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 es hat nicht geklappt, aber er hat noch den Defi. Oh, na toll. Ja. Basti, lebst du auch noch? Ja, und ich bin innocent. Okay. Der ist gerade in den Traitor-Raum gegangen, Masha. Hä? Wo ist ein Traitor-Raum? Gibt's hier einen Traitor-Raum? Ja, die Tür ist gerade nach unten aufgegangen. Also, ich bitte dich. Hallo? Ich weiß aber nicht, wo denn? Ich weiß noch nicht mal, wo der Raum ist. Hier in der Mitte. Hier in der Mitte. Diese komische... Ja, bei dem Stahlträgergebäude. Davor ist doch noch so eine ganz kleine Hütte oben auf dem Dach. Und da habe ich gerade jemanden reingehen sehen, dass die Tür nach unten aufgegangen ist. Hier hat sich runtergezogen. Ja, du bist da vorne. Genau geradezu von dir. Aber, äh... Ist das denn bestätigt, dass... Äh, doch, Stu war ja Traitor. Der ist ja tot, ne? Ist das ein Traitor-Raum? Das ist ja bestätigt. Ja. Weißt du? Das ist bestätigt. Okay, das ist schon mal gut. Also, bald da jemand rauskommt, schieße ich. Das ist für mich sehr verdächtig gewesen. Und wir sind ja nur noch zu dritt. Also ist Masha Traitor. Äh... Hä? Masha ist aber... Ich bin Dete. Ach, dann bist du das Miss Kokoloris. Ja, aber ich weiß noch nicht immer, wo du das, äh, gesehen haben willst. Äh, Masha, da. Oder wo überhaupt so ein Ding ist, da. Links musst du, links ist da. Da ist der Raum. Ähm... Ja, genau da, geradezu. Nein. Da drin? Dreh dich mal nochmal. Ja, noch ein Stück da. Ja, da, geradezu. Da ist der Raum. Da ist die Tür nach unten aufgegangen. Hier, wo ich davor stehe? Jaja, da. Da ist die Reine. Ah, okay. Ich dachte, du bist, äh... Nee, nee, nee. Ich bin, äh, Dete. Ach so. Gibt's da einen Weg hinaus wieder? Außer frontal durch die Tür? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hab die Tür im Blick. Pass aber auf, dass du dort oben sicher bist. Jaja. Guck aber auch hier überall noch. Wieso musste Venus bloß nach unten fallen? Mein Gott, vielleicht hätte ich ihn wiederbeleben können. Also deine Zeit läuft hier ab, ne? Deine Zeit läuft hier ab, ne? Deine Zeit läuft ab, Louis. Komm raus. Vor allem, wie still sie jetzt ist. Wir wissen doch, dass du Traitor bist. Sie versucht sich im Plan zu schmieden, wie sie jetzt, äh... Ja, der ist vorbei. Der ist vorbei, der Plan. Der ist... Oh, mach hier nicht alle Hoffnungen kaputt. Vielleicht, vielleicht fällt... Der Plan ist gescheitert. Vielleicht fällt dir ja noch was ein. Nein. Louis, ich hab grad meine, äh, meine Hand von der Maus weg. Ich trinke nämlich grad einen Schluck. Und war das... Also du wärst jetzt nur noch alleine, mein Guter. Ja, weil ich's kann. Weil ich Masha grad getötet hab mit einer Taube. Ja. Wo bist du? Sag mich doch du, Alter. Ach, da bist du. Ich seh dich schon. Was? Headshot ist gleich weg. Mhm. Komm mal hinter den Dachgiebel hervor. Dann bist du tot. Nein. Zeit läuft hier davon. Wo bist du denn? Zeit läuft hier davon. Na, campen, wa? Bisschen mit dem Zelt und so. Und du? Ja, ja, campen, mein Freund. Naja, denkst du, wir kommen jetzt in den letzten acht Sekunden nochmal zu dir? Hast du aber voll vergessen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wo du bist. Warte, stell dich hin, ich will die nachher... Ah, ich hab dich rechts gesehen. Ich wollte dich doch noch erschießen. Versucht euch mal ne Map. Ah, schade. Ach, Manno. Aber das war gut grade. Ich hab dreimal gedrückt, bis die Taube losgeflogen ist. Das war irgendwie total komisch. Ich spring jetzt in den Tod. Der hat mich getötet. Ja. Geil. Ding, ding, ding. Ich konnte Kröte nicht wiederbeleben. Das ging einfach nicht. Wiii! Oh man. Ah, ich bin grad direkt neben euch gelandet, ihr zwei. Achso, ihr nehmt die Map. Ne, ne Kraft Terminal. Terminal. Haben wir die überhaupt schon jemals einmal ne Aufnahme gehabt? Nein. Nur zum Üben irgendwie, ne? Ganz am Anfang, als wir das erste Mal TTT gespielt haben, da hatten wir die. Aber ich hab auch nicht aufgenommen, nur zum Üben. Ja, genau. Stur, Ranger, Luye und ich halt. Terminal von MB2. Genau, stimmt. Das ist ja lustig. Ich weiß noch, wie Kröte nicht hat. Ach, wie, nicht wie Kröte, äh, wie Türke sich eingesperrt hat in den einen Raum. Bing, 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 bong. Bing, ding, ding, bong. Ich weiß noch, bei der einen Runde halt in diesem Terminal, wo ich in den Traitor-Raum gegangen bin und alle Dichter verdächtig haben. Ja, ich hab gar nichts gemacht gehabt. Ich stand genau neben denen und hab einfach nichts gehabt und konnte gar nichts machen. Und die so, du musst es sein. So, was? Das war so herrlich. Du musst es sein. Ah, das war so geil. Da steht rum, sie kauft. Ich bin noch gar nicht drauf. Ist du überhaupt noch da? Jo. Du bist so still. Ja, das ist irgendwie verundern gewohnt, ne? Ja. Boah, hier ist eine goldene Rhaigan. Ja, geil. Zumindest wird die Gold angestrahlt. Boah, der zeigt mir schon wieder an. Bing, 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 bong. Was? Ich bin noch nicht wieder drauf. Was ist denn heute? Ah, das ist die Liga. Bing, 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 bong. So, wir haben ein Traitor. Dreitor. Ein, zwei, drei, drei. El Traitor. El Traitor. El Traitor. El Trabadoni. Traitor. Ich weiß, wo du sich hinsetzen würdest. Auf seinen kleinen Balkon da draußen. Ja, ja, ja. Das ist das Standard. So, ich mach mal. Doch, auf die Map. Wir machen mal das ganze Zeug da. Dynamit kaputt, wenn es noch nicht ist. Aber es ist. Ist ja cool. Ganze Dynamit hat ja schon einer geschrotet. Das hat er aber fein gemacht. So. Bin ich hier oben. Let's wait. Bim, 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 bong. Oh Gott. Hier ist grad jemand in den Tretterraum gegangen. Ja, super. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hab leider nicht den Namen gesehen. Irgendjemand ist aber grad in den Tretterraum gegangen vor mir. Dann, äh, Stu, pass oben. Pass auf, da oben. Das müsste dann Masha gewesen sein. Nein, ich bin doch hier unten beim Stu. Ich bin Spektator. Achso. Ich bin hier oben. Ich bin ja übernuch. Ich bin bei Kröte. Bei euch beiden seh ich. Aber hier unten war grad die Tür offen. Kröte, möchtest du nichts sagen? Oder warum machst du das so? Die ist gemutet. Oh Mann. Achso. Oh Mann. Ja, mein Stuhl quietscht so. Ich möchte euch nicht die ganze Zeit... Mann. Ich forsch eigentlich. Was machst du denn da auf dem Stuhl? Ja, der quietscht einfach von Anbeginn der Zeit schon. Ich verscheid, dass es die Zeit gibt. Anbeginn der Zeit. Genau. Ding, ding, ding. Uäh. Masha, Micha ist wieder sehr verdächtig eigentlich. Ja, find auch. Weil ich hab niemanden gesehen und ich war da relativ in der Nähe eigentlich. Micha ist das... Oh, ich würd dich so gerne abknallen jetzt einfach, ne? Aber ich weiß es halt auch nicht. Du wirst es bereuen. Du wirst es bereuen. Ich sag's dir. Ja, aber... Alter. Hier ist Instantary hin geflucht. Aber, äh, Micha, hast du vorher schon mal die Map gespielt quasi? Äh... Dass du weißt, dass dort ein Traitor-Raum ist? Ja, ja. Also ich kann die Tür zum Beispiel nicht aufmachen, dann sind es hin. Hm? Die linke... Warte, hier. Warte, Louis, dre dich rum. Hier, komm mal mit. Ah, was denn? Hier, die linke Tür war offen. Ja, weil du die aufgemacht hast. Genau so, wie sie jetzt... Alter! Da... Die Tür ist aufgegangen, du Arsch! Ja, ja. Alter! Louis schießt auf mich, Louis. Ja, natürlich! Weil die Tür aufgegangen ist, als du das erklärt hast. Wacke. Wir hatten das weiße Löcher. Die sprüht mit dem Mädchen mit dem blauen Haaren und dem Kissen. Was? Wer ist denn das? Du Sackgesicht! Bist du das, Mascha? Keine Reaktion hier. Das Mädchen mit dem blauen Haaren und dem Kissen. Was? Wer war denn das eigentlich? Mein später-Kumpane, wer war das? Mit blauen Haaren. Das sind braune Haare. Das war bei mir blau gerade. Toll. Du hör auf, dieses Bild einfach rumzusprühen! Verdammte Scheiße! Hä, was mit dir? Ist das kein schönes Bild, oder was? Ich hab doch gar kein Bild gesprüht! Digga, was ist mit dir? Ich sprühe ein Bild von Kröte rum und sie sagt... Ah, hier! Wir sind schon wieder Scheißdäte, Alter! Die ist jetzt weg! Weg! Hier ist mein Spray! Was ist das? Was ist das? Digga, ich sag nicht, ja? Was ist das? Weil ein Cut ist einfach... Höh? Aber, Entschuldigung. Nee, ich hab grad gehustet, wie du grad gehört hast. Und ich habe anschnappt. Ich habe anschnappt und halte meine Hand immer davor, wenn ich wusste. Und deshalb konnte ich die Maus nicht... Ah! Bin bei Masha. Tu jetzt mal nicht so, als ob es so heiß ist. Also die Map kenne ich gar nicht, man. Ich hab noch nie gespielt. Ihr seht ihn nicht. Ihr seht ihn nicht. Ihr seht ihn nicht. Masha, du siehst ihn nicht. Häng ab! Ähm. Im Flugzeug ist gerade irgendwas los. Der ist gerade irgendwann gestorben. Ah! Masha hat gerade irgendwann getötet. Masha ist tot. Ich hab einen Bumerang von Masha. Und du ist tot. Huch, schuldigung. Wen sag ich das überhaupt? Ich war grad so konzentriert hier über der Map. Ich hab einen Bumerang. Wie ich mir die hier angucke. Wer ist denn hier? Bastian oder Louis? Ja, Basti ist bei mir grad. Der verfolgt mich grad. Das muss einer von euch bei mir sein. Ich weiß nicht was erzählt. Ja, ich glaube aber vielleicht bist du's auch, der als Traitor alle erschossen hat, Venus. Das kann natürlich auch sein, aber... Ja, ganz stark glaub ich das. Mit Eifer waren sie alle tot. Alles klar. Und ups, ich hab den Bumerang. Ups. Alles klar. Mhm. Ich weiß, wo mein Bumerang hinfliegen wird. Mhm. Mach doch, du Traitor. Basti ist immer noch bei mir. Ah, Basti, Basti du aus. Scheiße. Ja, du elendiger. Fuck you. Ich wollte die... Was ist denn da passiert? Ich kenn doch die Map nicht. Ich lass mir doch noch rein kill. Ich hab noch geflogen. Mascha ist ja richtig weggeflogen. Mascha winkt noch. Auey. Ne, Louis ist fast groß. Hab ich jetzt meine Waffe noch? Ne, ich hab ne Pocket Rifle. Ah, ich hab ne Deagle. Endlich. Obamacare? Was? Baba-Papa? Oba-Papa? 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 Oba-Obama? Oba-Obama? Nein, das wird ein bisschen frech. Hören wir mal wieder auf. Was? Baba-Papa? Oba-Papa? Oba-Obama-Papa? Im Flugzeug hat jemand gepupst! Oh Gott, Baba, du warst so gruselig. Ich hab mit drei Stück gepupst. Ich mag den Film voll. Ich mag den auch, aber ich fand den am Ende echt ein bisschen scheiße. Wen? Kröte schießt doch nicht. Das stimmt doch gar nicht. Richtig verstanden? Ja, hab ich. Ich hab Kröte getötet. Perfekt. Louis? Ich suche mir grad ne bessere... Hallo Louis. Aber ich suche mir grad nur ne... Was wollte ich denn von mir? Ich hab gar nicht so... Es ist Louis, du. Warum? Ich mach gar nicht. Ich suche mir grad ne Waffel. Geht weg von mir. Ja, aber wir leben nur. Ist egal. Guck mal. Bäm! Was? Pass euch. Ich versteck mich jetzt einfach hier und mach gar nichts mehr. Ich mach gar nichts mehr. Bing, 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 bau. Ich mag euch nicht mehr. Bing, bing, bau. Du sagst Bescheid, wenn du stirbst. Hm? Wo ist Kröte? Also wo ist die Leiche von der? Ah! Alter. Äh, er hat glaub ich die Kröte ihrer Leiche grad hier. Ja, er spielt grad mit der Leiche. Und du ist doch. Ich hab das dir gehört. Du bist da in Burgertown. Kommen sie raus. Sie sind umstellt. Ich seh dich doch da in der Ecke. Ne, es sind Kröte da in der Ecke. Kröte lösen. Ah! Warte! Scheiße! Was? Das ist so geil. Ah, Hammer. Bin ich denn hängen geblieben? Ich kann nicht mehr weg. Alter. Wo bin ich denn? Wie kommt man denn in das andere Flugzeug rein? Wie kommt man denn auf ins Dach? Ja, gar nicht. Doch, doch. Da gibt es hinten noch ein Portal. Einen Traitorraum. Achso, das ist der Traitorraum. Wo kommt man denn in den Traitorraum? Oh, warum war ich nie im Traitorraum drin? Ja, das frag ich mich auch gerade. Als Spectator siehst du ja natürlich immer ganz viel Scheiß, ne? Über die Rechte Tür, oder wie kommt man da hin? Keine Ahnung, irgendwie kommen wir da hin. Okay. Boah, des sind noch... Ich will wieder Traitor sein. ...die will das rausfinden für uns alle. Du 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 du... Du 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 du... Was sprühen die überall Graffi in die Hand, Kröte? Möglich war es nicht. Man, ich bin schon wieder mit der Kröte! Ja, du hast das Motiv, äh... missbraucht. Mascha und Vinyus sind bei mir. Was? Wo bin ich? Ach da. Wo bin ich? Bei mir ist du schlecht. Wer bin ich? Die rechte Traitor- die rechte Traitor-Raum-Tür hier war gerade schon wieder offen hier unten. Ja, weil du sie aufgemacht hast. Und Masha und Basti waren's nicht, die waren beide in der Nähe von mir. Ja, wir waren beide bei ihm. Ich, äh, war's auch nicht. Wir waren beide bei ihm. Ich kann auch nicht gewesen sein, denn ich war bei's du. Ich war bei's du und wir haben so mit ein Alibi. Ja, ich war ganz weit weg. Du lebst in der Nähe. Was klar, wir alle hängen zusammen rum und ich muss ganz allein meinen Joghurt essen. Na dann erstmal den Joghurt essen. Oh ja, Ismael. 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 Da bist du. Ich geh, jetzt bist du. Nein. Wo bist du? Nee, wo bist du hin? Wo ist denn das? Guck, guck. Bei mir ist Kröte. Hallo Jungs. Ich hab grad ein Kind gehört. Hallo. Du machst aber ne gute Figur als Täter. Hä? Also hätte ich ein Kind gehört. geschmissen. Hätte Louis das auf jeden Fall besser gehört, weil ich direkt hinter ihr war. Ja, so wie jetzt auch. Vielleicht seid ihr auch beide Traitor. Nein, ich bin... Ja, das wär voll gut gewesen einfach. Einfach so ein Baby schmeißen und dann sagen, ich hab ein Baby gehört. Ey, warum schmeißt hier jemand so ne Dings? Ohne was? Ja, ne Disco. Disco, Disco. Party, Party. Nee, anders. Ich hab grad die Tür gehört hier. Disco. Disco. Dingelingeling. Ahhhh. 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 Oh Alter, was ist denn hier los? Hier wird geschossen und... Ich weiß auch. Ich komm auch nicht mehr. Ja, Kröte rastet grad wieder vollkommen aus. Ich komm ja hier mal voll nicht direkt. Ich bin grad nicht so ganz ausgelastet, sorry. Huh. Kröte ist immer noch bei mir hier. Ahhhh. Schlecht war das? Masha wurde gerade angeschossen. Masha wurde gerade angeschossen. Die hat einen Wummerang auf mich geschmissen. Ahhhh. Mami. Ja, killt die doch mal. Wo ist die denn? Die ist hier rumgerannt. Hier unten liegt der Wummerang. Hier unten liegt der Wummerang. Das ist in mir. Also das ist... Wie schlecht. Die schockt einfach lecker. Hab ich nicht bewegt, ey. Lass uns ein Team bilden. Nur uns zusammen. Ich mach grad sagen, Gander ist ein Basti. Ich bin in Ali, ne? Masha, is it safe? Was ist denn jetzt Masha? Du lebst du noch? Ja. Okay. Wien ist es auch noch da? Wien ist es auch noch da? Äh, Basti? Wien ist es. Ich bin auch noch hier. Was? Äh. Wo ist er hin? Ich bin's nicht. Er ist es. Er ist es. Er ist es. Ja, aber er ist es. Aber es hat auf jeden Fall gerade jemand geschossen gehabt. Das hab ich gehört. Ja, an die Decke. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Was ne? Disco? Na, okay. Smoke. Ich bin bei den beiden hier. Ist Masha jetzt eigentlich tot oder nicht? Nein, die müssen doch noch leben. Ja, hä? Lasst ihr den so lange am Leben? Ja, wofür sind die Wunden dann? Ja, die sind einfach vor euch und woher gerannt. Ah! Ich bin bei Kröte und den... Ich bring dich um! Ich bring dich um! Ah! Hallo, hallo, hallo! Ich hab... Mann! Du hast mich gerade getroffen. Hä? Du bist aber über mich gesprungen. Ja? Was hast du gerade getroffen? Guck mal hier. Hier hab ich's getroffen. Wo ist die gesamte Map? Ja, guck mal, hier ist Blut. Ja, weil du mich... Ja, da ist gerade jemand gestorben, Louis. Ja, aber hier... Ich hab hier hingeschossen. Warum springst du halt mal über mich? Hab ich gar nicht. Bin ich gar nicht. Ich hab gerade über den Sternen gehört. Oh! Wir haben dabei gelebt noch. Komm schon, verfolgst du mich jetzt? Weil ich ins Flugzeug will. Könnte auch ein Deathfaker sein von... Von... Ne? Aber... Versteck mich jetzt. Masha, wo bist du? Vielleicht ist sie im Traitorraum. Oh Gott, Louis. Du sprichst heute anders als... Ja. Okay. Hallo, Basti. Dinius ist hier. Ja. Und ich bin von Kröte angeschossen worden, deswegen hab ich so... Ja, aber du hast auch zurückgeschossen. Äh... Ja, wir haben uns gerecht. Ja, ja. Gerecht hab ich mich, ja. Hallo? Guckuck. 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 Hallo. Guckuck. 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 Auf mein Auge. Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich durch die Migräte. Kröter. Guckuck. Ich hab dich selber getötet mit der Falle. Bitte F. Guckuck. Ja. Oh. Sehr gut, Masha. Sehr, sehr. Von mir. Alle haben hier vorbei gelaufen seid die ganze Zeit. Oh, gut. Äh, das war's hier mit der Aufnahme. Louis? Achso, ja. Ja, tschüss! Tschüss! Tschüss!